Musik Hier sind so vier zusammen Ich finde das immer so cool. Dieses blimm blimm ich hoffe ich mache kritisch dankeschön ich hatte leider für die hier nicht jetzt weiß ich okay ich konnte das zwar dreimal drücken aber beim dritten mal macht es halt komplett neu klar ja cool war zwar nicht so wie erwünscht oder gedacht oder erwartet ich finde es lustig ich komme schlecht zu dir ich muss hier nur ein bisschen ja ja und ich wusste sie würde mich nicht aufgeben schnell verschwinden wir ich hätte das am schluss was ist los mit dir wie gesagt was habe ich meinen das mit den npcs die zusammen mit dir rumschneiden schleichen ja jetzt musst du abhauen muss ich das ja das stimmt du bist gefangen es wird nicht geschossen was labert denn man da ist ein kleiner aber feiner soldat wie lang keine ahnung hinter komm die schilder holt es wird geschossen nochmal lass ich dich nicht schießen die schilder holt ich habe kein schild ich knüpfe ich mir vor nur weil ich kein schild habe auch da kommt jemand Schöner, weißer, pachischer Nacken. Mir fehlt das spartanische Rot. Bist du jetzt Maler, oder was? Wieso warnt du ihn? Ach, das wird sehr lustig mit dem. Ah, da ist noch einer. Starshas Plündern. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich krieg dich schon noch. Alter, Sefracker. Nochmal lass ich dich nicht schießen. Kannst du noch was anderes sagen? Ich glaube, die Zeit in der Sonne hat ihm echt nicht gut getan. Kann das sein? Oh, Submind. Ah, ich weiß nicht. Pst, der sieht ein bisschen ungeil aus. Ja, also so langsam könnte er aufhören. Hier habe ich alles geplündert. Bis auf das da. Da ist ein Schatz drüben. Richtig. Ich knüpfe ich mir vor. Äh, da ist auch noch eine. In Deckung. Das waren die doch nicht ernaut. Nochmal lass ich dich nicht schießen. Sehr schön. Glaubensseine. Schilde hoch. Also nicht okay. Wir machen natürlich nicht die Schilde hoch. Gut, gut, gut. Der ist echt nicht mehr ganz heile im Kopf, ne? Ja, gut. Du gut. Du gut. Du gut. Die Schilde hoch. Es wird geschossen. Ich weiß, es ist abgeschlossen. Okay. Oh, okay. 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 Level 30. Ja. Nice attiser. Hä? Das war's. Wir haben es. Hey, mach schon. Schau, mach mal das. Oh, komm, weg. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Entschuldigung. Wen schießt du an? Oh, sch***. Ja, das war ungut. Oh, verdammt. Irene wird das nicht gefallen. Warte, warte, ist der jetzt tot? Oh ja. Warte, 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 warte. Ist ja nicht schlimm. Oh, der Sklave hat mich auch angegriffen. Tja, warum hat er auch... Hm, wieso hat er den angegriffen? Das ist dumm. Hä, nee, wieso sollte der sterben? Er waren doch nur 10 Soldaten. Ja, also. Ich bin echt enttäuscht von dem. Wer es labert, der hätte die ganze Zeit Blödsinn. Und dann stirbt er einfach. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ich knüpfe ich mir vor. Ah. Ich könnte auch hier einfach später vorbeikommen. Und... Ja. Und dann später alles, äh... Also die Quest hier machen. Ich glaube, das ist ein bisschen cleverer. Hilfe! Ich hab nichts getan! Warum bist du dann eingesperrt? Ihr Vater hat dich ja gesehen und gerufen und dadurch hat ihn gekannt. Ne, ne, ne. Das war nicht meine Schuld. Das war seine Schuld. Ne, ne, ne. So. Dann gehen wir mal hier entlang und, äh... Dann pflücken wir mal hier einen Baum. Ähm... Und da einen Baum. Äh... Geht's hier irgendwo weg? Oder müssen wir unten... ...aus oder müssen wir einfach nur weit... ...genug entfernt? Ich weiß halt nicht, ob der klettern kann. Kannst du klettern? Springe einfach runter. Ich fang dich. Äh... Geht nicht so aus. Ja, gut. Dann... Hast du gerade geklatscht? Und was macht der Afe? Na, der klatscht. So. Hab ich den gerade mit meinem Hintern weggedrückt? Lustig. Wie, du... hier nicht runter? Ach. Ach, ach. So. Ihr musst doch irgendwie... ...einen... ...Schleichweg geben. Irgendwo. Ein kleiner Schleichweg. Ne, hier ist es auch zu... ...zu steil. Wobei, hier könnte es... ...hier könnte es, glaube ich, gehen. Ja, doch, doch, doch. Ich bin sehr stolz auf dich, alter Mann. Ach, hier kannst du runter? Ja, natürlich. So. Dann spreche ich mal mit hier. Guten Tag. Hab Dank, Söldnerin. Ich hoffe, Phönix wird dich reich entlohnen. Erinnere sie für mich daran. Etwas stimmt nicht mit Paros. Mehr als sonst. Es liegt etwas in der Luft. Sag mir, was du gesehen hast. Du bist jetzt in Sicherheit. Ja, ein bisschen Info. Was hast du gesehen? Da waren Fremde, die nicht von Paros stammen. Einer war maskiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mit Maske? Hm. Ich weiß nicht, wer er war. Zeit, von dieser Insel zu verschwinden. Ich kenne den Weg zurück. Du solltest Phönix' Bericht erstatten. Das werde ich sofort tun. Gut. Ich würde mal machen, aber... Ich kenne den Weg dann zurück. Ja, ich sehe es auch. Ähm, aber schwimmt er jetzt den Weg zurück? Oder, ähm... Äh, was macht er? Ähm, ja, ich weiß, dass ich ja neue Fischheitspunkte habe. Ich werde sie aber nicht ausgeben. Ich werde sparen. So. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen aufräumen. Äh, die... Äh, die Siedlung hier machen. Die Siedlung. Die Befestigung hier machen. Ähm, und ich laufe gerade außenrum nicht. Ich laufe gerade ziemlich... Ja, doch. Ich bin nicht gut laufen. Ja, ja, ja. Das wissen wir doch alle schon. So. Ähm. Schöner, weißer, parischer Marmor. Mhm. Mir fehlt das spartanische Rot. Ja, und der spartanische Rot haben wir vorhin gesehen. Und da warst du tot. So. Ist, glaube ich, äh, besser so ohne die ganze Zeit Entdeckung. Äh, geh was, ne? So, also da unten kommt gerade einer hoch. Da oben ist niemand. Das heißt, wir können den eher schießen. Ist ganz praktisch. Aber auf einmal kann ich den nicht Töten. Äh, ne. Das wollte ich nicht. Ja, vor allem, da kommt jetzt ein zweiter. Geht er zu mir? Ne, der geht nicht zu mir. Der geht wieder runter. Und der andere. Verstehen nicht gesehen, ne? Da oben ist jetzt einer. Den kann ich runterholen. Äh, hier gibt's halt nichts zum... Ah, doch. Äh, passt. Ähm. Ah, hier kann ich. Ja, sehr schön. So, den da oben. Wolle ich mal wieder, ähm... Okay. Äh, den da oben werde ich jetzt mal ein bisschen ausschalten. Sieh, Nelfe. Sieh, Nelfe. Ja, Nelfe. Ich komm gleich. Ich komm. Ich seh schon, ich seh schon. War ist der ein bisschen schwer, hm? Äh, die müssen ich glaube ich noch aufgeräumt werden. Und da ist jemand. Beziehungsweise, da ist ein paar Drachen. Äh, da drin. So. Okay. Sieht irgendwie von hier oben aus, wie so ein Ameisenhofen. So überall, wo es ist. Ich find's immer so lustig, dass, äh, die irgendwie, äh, nicht, äh, sich nicht wundern, dass, äh, das ist die ganze Zeit hier Soldaten hinkommen und wenn sie sich nicht wundern, dass, äh, das ist die ganze Zeit hier Soldaten hinkommen. Und wenn sie halt hinterher gehen, ist, die hört niemand mehr. Oder wenn, äh, das finde ich auch immer so lustig, wenn da überall Schilder rumliegen, von denen, die ich halt schon getötet habe. Oder so eine fette Blutlache. Das muss schon so, ne? Ah, da ist ein Hauptmann. Da, 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 da. Jetzt und halt. Äh. Irgendwer? Ja, cool, dann, da muss ich's ja nicht sein. Ähm, wo ist jetzt der Hauptmann? Da. Äh? Wo ist er hin? Ach, da unten. Hä? Was machst du denn da? Du! Ich vergifte dich. Äh, ja, Schilder und Schilder nehme, so einen fetten Blutlache, ja, alles normal. Ja, ist wirklich so. Ach, der hat gerade, ähm, geschaut, was, was mit den Schatzen passiert ist. Oder mit dem Vorrat. Hä, hä. Nichts gut. So, hier gibt's ein paar mehr, Leute. Könnt ihr den? Juhu. So. Na gut. Der will nicht getötet werden. Mh. Mh. Okay. So, bist der Nächste? Hä? Hä? Ja, das war alles andere als geil. Das war nicht mal halb geil. Das war ein Ärgernis. Ich warte mal kurz. Als ob der das gerade nicht mitbekommen hätte. Also als ob er das nicht mitbekommen hätte. Ein Feuerkrug neben... Ich sagte ein Feuerkrug neben ein paar Kisten. Ja, danke. Voller Stroh und Ausrüstung. Also... Klüger geht's nicht. Für die Athena. Ja, Athena. So, gut. Also... Da oben ist schon wieder jemand. Ah, die verbreiten sich aber recht. Gut. Guten Tag, der Herr. Bitte lächeln. Dankeschön. Das war sehr professionell. Äh. Äh. Wir liegen hier zwei. Das ist komisch. 22.000. Das war mal ein kritischer... Kritischer Schlag in die Fräsen. Ähm. Ja, wo soll ich den jetzt hin tun? Irgendwo unauffällig ist? Ja, so passt das. Habe ich dir nicht schon... Ah, das letzte Mal. Zwischendurch bin ich auch ein bisschen gedötet worden. Wundert sich jetzt auch nicht, dass da niemand mehr ist. Und der hat mich nicht im Schatten gesehen? Das wäre eigentlich auch cool. Äh, wenn die einen dann im Schatten... Also, wenn man so stehen würde, dass die dann einen Schatten sehen würden. Also, klar, es wäre halt ultra, sehr viel krasser, schwerer. Aber es wäre auch irgendwie cool. Also, finde ich... Aber dann wäre es halt natürlich ein krasses Schleichspiel. Es müsste dann eine wirklich heftige Boni für die Schleichangriffe geben. Sonst würde das ja niemand machen. Ja, wenn ich den töte, dann... Sehen's die zwei unten. Die zwei Turteltauben. Ähm. Der könnte halt auch runterfallen. Und wenn ich den angreife, sieht der den Pfeil? Maybe. Aber den töte ich auch nicht. Mit allemal. Aha. Die haben sich jetzt abgesprochen. Die zwei hübschen. Ist leider nicht in Reichweite. Ah, jetzt warte. Nummer vier. Nummer vier. Dankeschön. Das war sehr ordentlich. Sehr schön im Abgang. Wo sind die beiden? Da sind die beiden. Kann ich beide auf einmal töten? Das wäre natürlich lustig. Warte, dann muss ich, glaube ich, runter. Sonst. Ich glaube... So. Und... Ich glaube... So. Ah, schade. Der hat nicht gelandet. Schade. Das wäre voll cool gewesen. Also, ich glaube, einmal habe ich es sogar geschafft. Einmal habe ich es geschafft. Oder paar Mal. Weiß ich nicht. Gut. Also, das war schon mal gut. Dann kaufe ich mir davon einen Hut. Das war ja. Also, ich würde mich nicht verabschieden. . Und so. Okay. Oh, das ist ganz klar. Das war es jetzt. Das war ja. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020